Herzlich Willkommen und zurück bei Hard Firm von Monster Hunter World. Mein Name ist Rambai und ich habe erstmal vor mit einem Aufzug diese Firm zu beobachten. Ich muss hier mal so einen Viech finden, da stehen die rum. Aufzug, Versammlungsstätte. Und Schärfe Doppelklägen. Mit Doppelklägen kannst du eine Waren, Würbelsturm und Angriffe auf den Gegenden hier prassen lassen. Sie sind zwar leicht und relativ einfach zu handhaben, können allerdings nicht zur Abwehr eingesetzt werden. Na und? Ich brauche das nicht. Mal sehen. Ich würde es besser so machen, immer eine Mission pro Part. Erstmal. Aber die Versammlungsstätte sieht bisher doch ganz gut aus. Keine Sorge, ich werde nur mal kurz reinschnuppern und gleich mit der Story weitermachen auch. Was? Ja Pe marche butt daneben, dein Curiosity System. Ehm, das sieht weniger complicated, dass ta CP sein wird weitermachen. Let's go, der will map an. $2 3. Was? Wirst du doch vor girnommen? Kantine Quest-Schalter Hallo, ich kann dir direkt hier am Zählsten mich über Quest anmelden Darauf Neue Quest bekannt machen Beitreten Gaben Schnade Mhm Okay Was das soll Weiß ich zwar nicht Aber mal sehen Stuhl, Stuhl Stuhl Mein Raum Mein Raum Das soll ich gerade keine Zeit Ich muss erst mal wieder runter Kantinebene Kann ich mir Gleich mit der Story weitermachen Ich bin 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 Suche oder erstelle eine andere Sitzung oder eine Nutzung erstellen und retten. Tritt einer Teil, die von einem anderen Spieler bekannt wurde. Mach eine neue Quest bekannt, optionale Quests, Aufgaben, ja die, nein, abschließend, schließen, Vorbereitung, Gruppendid, aufbrechen, ja will ich. Hm, wenn ich bisschen gerade leise bin oder bisschen merkwürdig mit Sound, ja, ich bin noch nicht so gut da drin und ich währenddessen erstelle ich gerade bisschen durch die Gegend. Mal sehen, was dann kommt. Ja, Kurs gestartet. Und ja, Vorausskammer und ich kann so eine wiedergeile Mission mitnehmen. Das ist wirklich nicht schön. Bei der Erstmission werde ich noch nichts anderes machen. Ähm, ja. Ja. Mal sehen, wo muss ich öffnen lang? Falschst du mir oder soll ich vorgehen? Oh, natürlich soll ich vorgehen. Karte, was soll ich machen? Mhm. Mh. 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 Ah ja. Hier sind ja schon die Viecher. Autsch. Outsch. 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 What the name do... Outsch'. Outsch. Autsch 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 Okay, das heißt jetzt erstmal Blumen suchen Ja Autsch Autsch Und... Ausweiden Zwei weitere Na Astgeier Ja Okay... Nochmal das eröffnen Ich glaub ich sag ihm mal folgen und wo geht er denn hin? Kato, was sagst du? Mhm Mhm Okay Rotkerne Noch nicht Ich will hier noch was ein bisschen sammeln Nadelbären Ich bin auch nicht so sehr gewöhnt an dieses ähm Monster Hunter Na da ist der Typ gerade Der Rest der Herde Steine Peng 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 Feuerkraut Hm Autsch Deus Deus Autsch 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 dos auch 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 Da fressen jemand die Fieger... Autsch. Autsch, Autsch. Autsch. Jetzt hast du was gefunden, okay, dann komm ich mal gleich her. Autsch, Autsch. Autsch, Autsch. Autsch, Autsch. 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 Der wird mir schon nicht weglaufen. Er ist noch über seine Spuren. Ich werde ihn aufspüren. Ledermäuse, Leuchtmoos. Ja, Autsch. Angriff, 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 Angriff. Autsch. Jetzt dämonischen Wirbel! Los! Autsch! Um... Autsch! 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 Kräuter sind uns immer wichtig. So wie Honig. Ich Cü2 in die Ach! Ist das, kürzer? Wilb Findimi war das! gut und hab sie ja geledigt Doppelheb Okay Da steht doch schon Eigentlich alles was ich wissen musste Ups Ich sollte mal öfter mal In die obere rechte Ecke gucken Dann würde es mir Leider fallen Umzugehen Den kannst du noch Leer looten Wenn nur einmal Und dann mal sehen Kann man noch looten Und nee Es gibt nichts mehr zu schaffen Schade Aber wenigstens etwas Hm Habe gerade Rücksprache mit meinen Freunden gemacht Und die Sagten Die hatten gerade keine Lust Und nee Ich hatte keine Zeit Hm Wir haben eine Spur Viele Federn Vielleicht Gehen wir weiter Hm Was gibt's denn für eine Spur Ich hab leicht Angst Und Schleim Oh Ein hässlicher Vogel Ein Pukai 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 Der kann giftig sein Der kann giftig sein Oh Lavastein Ich hab' da drüben Geiler ist das Ich hab' noch nie gesehen Ob was von Erstammt Ich würde gern herausfinden Aber wir sollten das Bericht erstatten In Ordnung Ja Ich würde auch wieder weg Gehen Erstmal Ein aufgebrachtes Monster Ist niemals gut Ich hoffe es hat euch gefallen Das war jetzt Part Ähm Vier von Monster Hunter World Habt noch einen schönen Tag Bis später Vielleicht Vielleicht Mache ich gleich Äh Noch ein Video hochladen Also Dreh machen Und hochladen Und hochladen doch noch weiter mit dem park was für eine raschung kommandant also ihr denkt ihr habt etwas gefunden dass uns zum zura margar da ross fühlen könnte ich würde ja sofort forscher losschicken aber nicht mit einem wiener puka in der nähe puka puka gebiet das liegt ziemlich tief im wald wir werden besser vorbereitet sein sobald unsere mannschaft von der ressortzentrale des waldlager wieder aufgebaut wie er aufgebaut hat dann sind wir am zug bis dahin tun wir alles was durch alles und sie bei der errichtung der seger zu unterstützen an die arbeit ok jetzt nächste mission bricht zu einer zu der zu einer expertin auf rede mit der körperin also daran da muss ich sagen aber erst mal das war's wirklich vom part noch einen schönen tag euer drum boy